hallo und herzlich willkommen liebe zuschauerinnen und zuschauer ich grüße euch wir sind bei okta tv wir sind im game crusader kings und wir befinden uns im herzen frankreichs haben als zehnjähriger junge begonnen in der hieß od dieser kleine graf und der starb recht schnell auch alle anderen danach starben recht schnell alle anderen danach waren vor allem sein kleiner bruder dessen tochter wir jetzt spielen und sie starb doch nicht so schnell sie ist nämlich 65 und eine ziemlich gute herrschaft und so und wir sind auf dem weg den erfolg ich zeige ihn euch gerade mal könige bis ins siebente glied als graf od von anjou beginn dieser zehnjährige genannte junge und die eigene university zur herrschaft über das königreich frankreich führen frankreich war gar nicht gegründet das hatte sich mittlerweile dann gegründet jetzt können wir versuchen frankreich einzunehmen aber unser lebensherr hat immens starke bündnisse und wir können nicht wirklich was tun außer hoffen und beten dass wir ja stärker werden können noch und in irgendwann mal die bündnisse aushebeln wir haben versucht sein bündnis auswebeln der letzten und vorletzte folge aber der mordanschlag auf seine frau hat nicht funktioniert und ja viele alternativen haben wir nicht mehr also alles andere wird schwierig er hat ja jetzt eigentlich nur noch verbündet mit dem bayerischen über die hochzeit mit der königin naja königin habe ich ja schon mal versucht zu ermorden jetzt geht es irgendwie nicht mehr so gut ihn zu ermorden geht noch weniger gut ja problematisch er profitiert immens davon dass wir raten weil das unwahrscheinlich wir haben geburtstag was nehmen wir wir nehmen das größte und das war das größte und kleines teil macht die schalen edelsteine dann können wir ja noch ihr schenken hatte fragt aber sie wird es gar nicht denn will niemand niedrige haltbarkeit weil er so kurz lebend ist dann können wir ihn auch einfach vernichten gibt uns 40 so jetzt sieht es auch gleich mal besser aus mit unserem universitätsbesuch wenn wir jetzt noch ein bisschen warten in meinem reich ist in ordnung die freiheitsfraktion interessiert mich nur überhaupt nicht hier sind wir langsam aber stetig auf dem weg er hat vor eine fraktion gegen mich zu schaffen das ist lebensmüde aber in ordnung wir hatten wir noch eine mythische kommunion ab eigentlich können wir auch nach der fraktion auftrag geben wir haben eine krone und ich glaube mit dem geld gehen wir an die uni 620 588 wir segeln einmal nach canterbury kurz übersetzen und wir beginnen das harte lernen ich habe keine zeit für euch ja das bringt wunderbar jetzt 151 ich helfe gerne unser erfolg wird sehr viel wahrscheinlicher du willst es fahren meines visents das ist halt schon nicht schlecht ne also basalenschwelle bis 12 ist halt das gehört mir ihr habt euch zum nahrern gemacht schade wenn uns mal kümmern dass es unseren bisentraum besser geht reparieren gehen weiter und kommen zentralisierung können wir umschränken auf bildung und gehen auf gesundheit kleiner bonus und dann werden wir noch älter dann können wir noch in den gelehrten skier rein sehr viel erfolgreiche meisterhafter philosoph verloren ich bin gelehrtes orakel hammer wissen ist nach universität besuch abschließen level 5 bildungs dann sind wir erstmal wissenschaftlich und haben mehr gute interessen fortschritt wer ruft uns in den krieg dann nehmen wir ein bisschen rum sorry aufgeschlossen das geht es halt zapp zapp mit dem bildungswandel so guck mal wie viel so ein bildungswandel jetzt bringt aber viel eine kleine krone aber viel bringt es ja nicht patronat wir haben auf jeden fall den erfolg patronat beigestellt naja wir haben eine krone wenn die gefälte papst kronen und ist cooler und wenn er jagd war anstand ich glaube nicht wir warten noch auf modden sechs jahre kümmert euch darum ihm können wir jetzt doch hoffentlich den titel aber kann er denkt ihr ist noch was und dann erkennt ihr den titel ab so ist es noch sehr sehr gut da wird auch gleich sicherheit schaffen und was gibt es noch sehr gute sachen eigentlich nach unten hier brauchen wir eigentlich eher weniger wir haben auf die wahlen zu sagen wir bauen hier einfach nur die beiden das ok neuer bildungs lebenswandel ist schon wieder am start wird macht dann plan die kultivierung da geht dann auch was ja sie springt jetzt natürlich gestört schnell da vorwärts was haben wir 50 prozent mehr bildungserfahrung das ist sehr gut weiße frau sind wir auch könnten vielleicht mal schon wieder ja noch nicht warum auch nicht aufgeschickung 1 erhöht easy dieser charakter eine jagd schließen wir uns an ich sehe dass das von herzen von danke ich meine es einfach nett wenn einer im gedicht schreibt egal ob schlecht oder nicht schlecht ist eine ganz freuen wir uns ganz mal sehen was man fragt gegen eine ganz gute zeit die hat nicht lange funktioniert und die ganze zeit geschrien das hat sich nicht wirklich gelohnt ne betrachtet die rüstung ist verschwunden gut wir sind zurück und vielleicht planen wir wirklich mal eine pracht reise eine besteuerung preise so wir machen einmal die runde 430 kostet es 588 werden einfach also um alle wasser zu besuchen ist gar nicht ohne da so eine winzlings reise können wir jederzeit machen aber das bringt uns dann nicht das haben wir hier ja und graf typo auch mit über bald wahrscheinlich brauchen wir gar nicht immer immer dahin richtiger ich habe mir uns daraus in sparen entsparen der arme sparen sind die sparenjagen mit fall sehr gut ich glaube mein fall hat es gemacht ich bin gleich mal level 2 nicht mehr viele punkte auf jeden fall 15 punkte in fall bekommen eine gefährliche fraktion enkel wasser und wieder ja mach dir doch mal mach dir doch mal wir gucken mal was dann passiert wir schauen mal was dann passiert naja der papst gibt uns mal 600 nicht so verkehrt wenn wir morgen haben dann geht es dann eh gut ab verbessern wir jetzt einfach was das zeug hält und dann nehmen wir nicht rein achten wir nehmen wir nicht rein mit zwei töchtern freundchen kommen wir nicht weit eine ist natürlich gut das wäre halt die idee in um sex zu bringen schauen mal weiter der graf tippo hat jetzt hoffentlich keinen wog mehr auf die funktion gibt er noch ein geschenk ja die jagd die es sein wird den zweiten falken erfolgt zu bekommen ihr haltet naturliebhaber das ist gut findet eine einigung das ist unter meiner würde relevant er soll belohnt werden er ist unser sohn und er ist frei zeigen dem wir folgen rei geht und wir haben es geschafft fliegt mein schöner flieg in der hand haben wir geschafft jetzt kann man theoretischen prachtweise machen aber jetzt kann es ja nicht mehr lange sein wie lange denn noch für die morten ist in drei jahren drei jahren noch da können wir ja wirklich eine besteuerung reise machen das würde ich mal gerne ausprobieren was hier passiert und lass uns doch mal eine besteuerung reise machen dann dann in großen gefolge und ein ganz viel oder ganz hohen maß an luxus wenn wir das machen wir warten noch ganz kurz wenn es kaum erwarten was er was da alles passiert abgewiesen klagt die verfluchten tore unlängst geplündert ja das ist ein verbrechen das ist dicken wir machen so eine richtige reise aber ich würde sagen die prachtreise machen wir beim nächsten mal weiter denn es ist schon wieder zeit adios zu sagen wir haben das ende der folge erreicht und ja es macht ganz schön also langsam macht laune weil ich mich nicht immer so unsicher fühlen vor jeder krankheit jedem unfall jedem allem das passieren könnte und meine dynastie wäre dann nicht ausgelöscht hoffentlich jetzt haben wir zwar nur hier und da noch ein problemchen aber das kriegen wir alles schon gelöst fakt ist wir sehen uns hoffentlich beim nächsten mal wieder ich fand es schön dass er eingeschaut hat wenn es euch gefallen hat drückt doch auf den like button abonniert den kanal und dann seid ihr immer informiert darüber was bei uns geht und was auf der tv so zu bieten hat ich freue mich wenn ihr spaß habt und dann auch auf ein nächstes mal bis dahin seid gegrüßt und nur das beste und sie ja